Wir wollen, und das habe ich Ihnen eingangs schon versprochen, nun die Sendedaten dieses Jahres vor allen Dingen für unsere vielen Zuschauer in der DDR bekannt geben, denn sie bekommen ja unsere Westprogramme nicht ausgedruckt, während die Ostprogramme ja in den Westzeitungen ausgedruckt werden. Ich möchte das für Sie einmal sagen. Und Papier und Blech, mir hat auch ein Vereinsvorsitzender geschrieben, muss ich Ihnen auch noch erzählen, sagt, lieber Herr Rosenthal, wir brauchen auch die Termine. Ich habe immer am Donnerstag Monatsversammlung und die wollen alle wissen, wann DALLI ist, damit die Monatsversammlung nicht auf dem DALLI-Termin liegt. Sie können also auch mitschreiben. Und sonst singen ja bei uns Jochen Brauer und Heinrich Riedmüller und andere singen damit. Und wir haben gesagt, warum sollen nicht mal die Kollegen hier singen, die sonst auch hinter der Kamera stehen und Bühne. Und diesen Versuch wollen wir jetzt machen. Sie können sich vorstellen, wie alle ein bisschen zittern. Drücken Sie die Daumen, dass alles jetzt gut geht. Wer, wer ist, da fahren Sie durch die Untertitel. Und nun bitte unser Sendeldaten-Lied. Das ist schon alter Brauch in jedem Januar. Da bringen wir die Sendeldaten für das neue Jahr. Zehnmal auch 85 wollen wir Sie erfreuen. Das erste Mal war heute und da bleiben nur noch neu. Wir sind im Februar schon wieder für Sie da und stehen am 28. vor dieser Kamera. Auch im April sind wir sehr gerne hier pro Kratz. In Wien am 11.04. findet sich das Team zusammen. Sie und Heizl-Ratter-Spiele sind noch zu notieren. Im Mai am 23. wollen wir Sie amüsieren. Am 27. Juni schauen Sie mal, sehen wir auf jedem Münch hier im Gebirg und Rosenthal. Wir machen keine Hitze-Fähren im August. Am 1. wett ich, haben Sie zum Zusehen wieder Lust. Am 5.9. das wird die Berliner freuen. Da werden wir zur Funk-Ausstellung und dem Funkturm sein. Und nach Berlin ist Wien zu heiterem Spiel bereit. Am 3.10. ist die Donau-Bellen-Dalli-Zeit. Auch der November wird ein Sonnenmonat sein. Wir stellen uns am 14. auf Quiz und Spiele ein. Noch eine Sendung steht für 85 aus. Am 12.12. liefern wir das Radiespiel-Freihaus. Lachen und heiter, keiter, kommt der Mensch in Schwung. Wir hoffen, Dalli, Dalli hält uns alle weiter jung.